Das ist die Handyhalterung von Velo und die geben wir jetzt auf die Längsstränge von diesem schönen Velo her. Einfach aufmachen, rausnehmen. Dann hier hergeben mit dem V nach hinten. Den hinteren Teil nach vorne durch den Schlitz. Den vorderen Teil unten rum. Und hier einfach das Handy einspannen. Der ist wunderbar. Super. Untertitelung des ZDF-Best.